Unser BR-Wahlexperte Andreas Bachmann hat den allerneuesten BR24-Bayern-Trend mit dabei. Andreas, in welcher Stimmung gehen die Bayern denn in diese Bundestagswahl hinein? Die Stimmung, mit der die Bayern aktuell auf Deutschland blicken, die ist, das kann man sehr klar zusammenfassen, alles andere als gut. Nur 12 Prozent der Menschen im Freistaat blicken zuversichtlich in die Zukunft. 83 Prozent der Befragten sagen dagegen, dass die Verhältnisse in Deutschland aktuell eher Anlass zur Beunruhigung geben. Und diese Meinung, die geht quer durch alle politischen Lager. Und wenn wir da auf die Altersgruppen schauen, dann sind es die 35 bis 49-Jährigen, die am stärksten verunsichert sind. Also genau diejenigen, die mitten im Arbeitsleben stehen. Ja, da liegen ganz schön viele Sorgen in der Luft und das bringt uns gleich zur Sonntagsfrage und zwar mit den Gewinnern und Verlierern, Andreas. Ja, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die CSU aktuell auf 45 Prozent. Bei der Bundestagswahl 21, da kamen die Christsozialen auf historisch schlechter 31,7 Prozent. Also das wäre jetzt ein sattes Plus von gut 13 Punkten. Die SPD halbiert sich von 18 auf 9 Prozent. Einzig die Grünen sind von den ehemaligen Ampelpartnern recht stabil, verlieren nur etwas mehr als einen Punkt auf 13 Prozent. Die FDP dagegen stürzt ab von 10,5 auf 3 Prozent. Der zweite Gewinner im Bayern-Trend, das ist die AfD, sie legt acht Punkte zu im Vergleich zu 21 und wäre mit 17 Prozent zweitstärkste Kraft im Freistaat. Die Freien Wähler landen aktuell bei 4 Prozent und das BSW bei 3 Prozent und alle anderen zusammen kommen auf 6 Prozent. Also, wenn man das zusammenfasst, dann kann man schon sagen, dass die Strategie von Markus Söder offenbar auf der einen Seite maximalen Abstand zu den Grünen zu halten, auf der anderen Seite aber auch die freien Wähler einzuhegen, indem man beispielsweise den bayerischen Bauernpräsidenten als Schattenminister nach Berlin oder für Berlin nominiert, dass diese Strategie aktuell aufgeht. Ja, danke Andreas fürs Erste. Wir sprechen auch gleich nochmal weiter. Die neue Sonntagsfrage liegt also jetzt auf dem Tisch. Und was sagen nun die bayerischen Parteien dazu? Hier sind Reaktionen von heute. Das muss sich was ändern. Und die Union, die CDU, CSU, die sind das Gegenmodell zum Ampelchaos. Und das ist das, was zurzeit Vertrauen schafft. Aus dieser guten politischen Stimmung müssen aber jetzt auch dann Stimmen bei der Wahl werden. 9 Prozent ist noch nicht, wo wir sein wollen. Das ist ähnlich wie bei der letzten Bundestagswahl ein paar Monate vorher. Aber wir wissen, dass wir jetzt auf die Straße müssen, um die Leute davon zu überzeugen, dass wir für sie Politik machen wollen. Ich bin total zufrieden und uns motiviert das richtig, weil wir wollen Politik für die Menschen machen. Und mit Robert Habeck haben wir da genau den Richtigen an der Spitze. Er krempelt die Ärmel hoch und packt richtig an, weil wir wollen Politik machen für die Menschen. Ja, wir können natürlich mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, gerade wenn man sich überlegt, was in Berlin so die letzten Wochen passiert ist. Allerdings hat der Wahlkampf jetzt erst begonnen. Das heißt, die heiße Phase fängt jetzt an. Es wird ein Wettbewerb um die besten Ideen sein. Ja, der Weg ist der richtige. Wir waren in der letzten Bundestagswahl bei 9 Prozent. Jetzt stehen wir bei 17 Prozent. Der Wähler merkt immer mehr, dass wir nur Gutes wollen für den Wähler. Und das honoriere jetzt mit den guten Umfragewerten. Ich bin überzeugt, wir sind diesmal stärker als letztes Mal. Wir holen vor allem die 3 plus x Direktmandate. Das ist das zentrale Ziel, damit in den Bundestag einzuziehen. Und Monate vor der Wahl, wo man noch nicht richtig im Wahlkampf ist, natürlich ist jetzt die Aufmerksamkeit auf den großen Bundestagsparteien. Aber die Freien Wähler, wie immer, wir kommen dann von hinten kurz, bevor es ernst wird. Hochspannend bei diesem Bayern-Trend natürlich auch der Blick auf das Personal für die K-Frage. Andreas, wie schneiden die Kandidaten denn bei den Menschen ab? Ja, insgesamt verteilen die Bayern nur mäßige Noten für die Spitzenkandidaten. 37 Prozent sagen, Friedrich Merz ist ein guter Kanzlerkandidat. Und damit liegt der CDU-Mann an der Spitze. 32 Prozent finden, dass Robert Habeck ein guter Kanzlerkandidat ist. Und Alice Weidel von der AfD kommt auf 21 Prozent. Der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz kommt auf 17 Prozent Zustimmung. Und zu Beginn der Studie, da war ja auch noch nicht klar, dass der Verteidigungsminister Boris Pistorius auf eine Kandidatur verzichtet. Das hat er erst einen Tag später bekannt gegeben. Wir haben ihn auch abgefragt. Und er wäre bei den Bayern im Vergleich zu Olaf Scholz für die SPD der klare Favorit. 52 Prozent halten ihn für einen guten Kanzlerkandidaten. Also hier ein eindeutiges Bild bei der SPD. Den größten Rückhalt in den eigenen Reihen genießt übrigens Robert Habeck mit satten 91 Prozent Zustimmung bei den grünen Anhängern. Und das erklärt ein Stück weit auch, warum die Grünen in der Sonntagsfrage so stabil geblieben sind. Und Andreas, neben den Köpfen bewegen die Menschen natürlich im Wahlkampf auch am meisten mit die Themen. Was steht denn da ganz oben auf der Liste? Ganz oben in diesem Bundestagswahlkampf ist die Wirtschaftspolitik mit 37 Prozent. Gefolgt vom Thema Migration mit 26 Prozent. Krieg und Frieden, die Außenpolitik folgt auf Platz 3 mit 20 Prozent. Internationale Konflikte, Umwelt, Klimaschutz auf Rang 4 mit 16 Prozent. Und soziale Ungerechtigkeit kommt dann auf 12 Prozent. Interessant ist, wenn wir uns jetzt die Veränderungen anschauen im Vergleich zur letzten Bundestagswahl von vor drei Jahren. Und da sehen wir hier in den Klammern hinter den Balken, dass sich die Themenagenda der Menschen komplett verändert hat. Wirtschaft plus 27 Punkte im Vergleich dazu, dann Klimaschutz minus 28 Punkte. Die internationalen Konflikte mit plus 18. Also diese Bundestagswahl, das kann man glaube ich sagen, findet unter komplett anderen Vorzeichen statt als die Bundestagswahl vor drei Jahren. Und welcher Partei trauen die Bürger am meisten zu, all diese Probleme zu lösen? Ja, bei der Problemlösungskompetenz, da liegt die Union mit 37 Prozent ganz vorne. Gefolgt von der AfD mit 10 Prozent, den Grünen mit 9 und der SPD mit 7 Prozent. Und das zeigt, die AfD ist längst keine reine Protestpartei mehr. Man misst ihr auch Problemlösungskompetenz zu. Es folgen dann mit sehr geringen Werten BSW, FDP, Linke und Freie Wähler. Aber dann kommt noch ein Balken und zwar ein ganz schön langer. Den sehen wir hier. Gut jeder vierte befragte 27 Prozent trauen gar keiner Partei zu, die wichtigsten Aufgaben in Deutschland zu lösen. Also da gilt es für die Parteien noch Überzeugungsarbeit zu leisten bis zum 23. Februar. Ja, soweit der neueste und auch sehr spannende Bayern-Trend von Andreas Bachmann. Dankeschön. Gerne. Gerne. Erster. Mo rights. Insofern. Wo